Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück zu Python Discord Bots. Heute wollen wir unseren ersten Bot schreiben. Dazu müssen wir zunächst einmal eine kleine Bibliothek wieder mal über pip installieren. Das heißt wir sagen sudo, wenn ihr unter Linux seid. Wenn ihr nicht unter Linux seid, braucht ihr kein sudo. pip install, in meinem Fall brauche ich leider ein sudo, sonst funktioniert das nicht. Und dann einfach Discord. Das ist super einfach und das installiert euch die Python Bibliothek. Das setzt selbstverständlich voraus, dass ihr sowohl Python installiert habt, als auch, dass ihr pip installiert habt. Und dass ihr dieses Tutorial hier setzt sowieso voraus, dass ihr beides schon mal gemacht habt. Wie gesagt, ich habe dazu schon Videos gemacht. Bitte springt nicht über die, sondern guckt euch die auch an. Ihr müsst nicht alle gesehen haben, um hier mithalten zu können. Aber zumindest die Grundlagen braucht ihr definitiv. Denn wir werden ja auch mit Klassen arbeiten. So. Und sogar mit Vererbung übrigens. Kleiner Funfact. Aber ja, das kriegt ihr nicht mal wirklich mit. Zumindest nicht, wenn ihr einen normalen, einfachen Discord-Bot schreibt. Gut. Wenn wir das haben, dann können wir hier tatsächlich in unserem... Achso, das, die IDE hier, also die Entwicklungsumgebung, ist PyCharm. Für die Leute, die sich gefragt haben, was das ist. Könnt ihr gerade es runterladen. Es ist die Community Edition und die ist super gut. Kann ich nur empfehlen. Macht viel mehr Spaß, als wenn ihr irgendwie normales Textdokument schreibt in, I don't know, Word. Oder G-Edit oder sowas. Gut, Wem könnt ihr auch. Nehmt einfach das, was ihr wollt. Ähm, okay. Aber ich empfehle euch PyCharm. So. Und jetzt können wir hier einfach Discord importieren und können schon alles machen, was der Bot kann. Das ist alles, was wir erstmal brauchen, zumindest. Ähm, und ja, dazu... Naja, gut. Wir müssen erstmal nicht so viel machen. Was wir jetzt machen wollen, ist... Ich möchte euch zeigen, wie so ein Bot grundsätzlich funktioniert, okay. Das heißt, ein Bot, ein Discord-Bot, ist immer auf Events fokussiert. Das heißt, es gibt den Event, ich habe mich eingeloggt. Ähm, und es gibt den Event zum Beispiel, es wurde eine Nachricht in einem Channel geschrieben. Okay. Und die beiden Events wollen wir mal abfragen. So, ähm, dazu bauen wir uns zunächst einmal eine Klasse. Und ja, wir müssen das als Klasse modellieren. Ähm, ansonsten können wir nämlich nicht erben von der Discord-Klasse. Und wir müssen von der Discord-Client-Klasse erben. Ansonsten können wir kein Bot schreiben. Das heißt, wir müssen hier eine Vererbung benutzen. Und ja, wenn ihr nicht wisst, was eine Klasse ist oder was eine Vererbung ist, dann, wie gesagt, schaut euch das in meiner Python-Playliste an. So, anschließend einfach das Schlüsselwort Async. Da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein. Das heißt einfach nur, dass ihr quasi, ähm, diese Methode unabhängig von allen anderen macht. Das heißt, es kann diese Methode aufgerufen werden. Und es kann gleichzeitig die OnMessage-Methode aufgerufen werden. Die werden dann einfach mehrfach ausgelöst. Und das ist super geil. Da müsst ihr nicht weiter drüber nachdenken. Einfach dieses Async vorne dranhängen und schon seid ihr glücklich. Und dann sagen wir hier OnReady. Die Methode muss so heißen, ähm, weil wir sie quasi überschreiben. Ähm, das heißt, wir erben oder wir haben sie geerbt von der Discord-Client-Klasse. Und jetzt überschreiben wir diese Methode und sagen, jetzt wird auch was hier in dieser Methode gemacht. Die Discord-Client-Klasse sagt nämlich nicht, dass da irgendwas drin gemacht wird. Die sagt einfach, mach gar nichts bitte. Und wir fügen jetzt hier Funktionalität ein, denn wir wollen einen Bot schreiben. Zum Beispiel können wir hier sagen, ähm, ich habe mich eingeloggt. Ich habe mich eingeloggt. Beep, Bob. So. Ähm, das soll quasi zeigen, dass derjenige hier ein Bot ist. Ja, also das sagt quasi der Bot. Der Bot lockt sich ein. Auf eurem Discord-Server. So. Ähm, und dann haben wir noch, also das ist quasi die, ähm, einloggen-Methode. Ähm, einloggen. Und das hier unten, das, was wir als nächstes machen, ist die Methode, die immer aufgerufen wird, wenn eine Nachricht von irgendjemandem in den Channel gepostet wird. Das heißt, ähm, wenn Nachricht gepostet wird. Und, ähm, Achtung, das bezieht sich auch auf persönliche Nachrichten. Das heißt, der Bot unterscheidet nicht, ob eine Nachricht, ich gehe nochmal ganz kurz hier auf Discord, ob eine Nachricht in diesen Text-Channel gepostet wird, oder ob die Nachricht quasi persönlich an den Bot geschrieben wird, ja. Das ist dem völlig schnurzpiepe egal. Der Discord-Bot sagt einfach nur, hey, da kam eine Nachricht und, äh, ich kann sie lesen, ja. Und wenn der Bot eine Nachricht lesen kann, dann verarbeitet er sie auch. Ist völlig egal, wie sie zu ihm gekommen ist. Ihr könnt natürlich dem Bot auch nur, äh, Zugriff auf bestimmte Channel geben, indem ihr ihn bei der, bei der Rollenverwaltung von eurem Server, ähm, limitiert, dass er quasi nur einzelne Channel sehen darf, okay. Ähm, ähm, dann könnt ihr quasi sagen, okay, der Bot darf nur diesen Channel lesen, also kann er auch nur da Nachrichten empfangen. Relativ simpel. Hat aber nichts mit dem Bot zu tun. Der Bot nimmt einfach alle Nachrichten, die er kriegen kann. Und zwar, das tut er in der On-Message. Ähm, ähm, On-Message-Methode. Und hier bekommt er sogar die Nachricht mit. Das heißt, wir sagen hier Message. Und wir können hier auslesen, ähm, ja, lass uns mal schreiben, von wem die Nachricht ist. Nachricht von, dann den Autor angeben. Das können wir machen mit Message.Author. Dazu komme ich noch genauer, ähm, und dann enthält. Also ihr kriegt mehr Informationen als nur die Nachricht, sondern ihr kriegt eben auch noch die Information, was zum Beispiel drin steht, von wem sie ist und so weiter und so fort. Dann kriegen wir hier nämlich Message.Content, was drin stand. So, und wenn ihr jetzt euren Bot laufen lassen wollt, könnt ihr ganz einfach sagen, Client ist gleich MyClient, ja, also für mein Discord-Bot sozusagen. Und dann sagt ihr hier Client.run. So, relativ simpel, ähm, und so könnt ihr quasi direkt angeben, ich möchte jetzt mein Bot starten. Jetzt müssen wir natürlich noch hier eine kleine Run-Configuration eingeben und zwar sagen wir hier, wir wollen das ganze Ding ausführen als Python-Skript und zwar mit Python 3.6, das ist okay. So, und jetzt starten wir das mal und jetzt sehen wir hier, ah, da fehlt was. Wir brauchen ein Token und dieses Token ist das, was ich euch letztes Mal gesagt habe, denn ansonsten könnte ja jeder, also dieser Code, den kann jetzt wirklich jeder ausführen. Jeder kann jetzt quasi den Bot auf meinem Channel steuern, wenn ich hier kein Token bräuchte. Das ist ein Problem, denn, naja, wenn jeder alles machen kann, wenn jeder quasi Administrator-Rechte hat, nur weil mein Bot Administrator-Rechte hat, dann kann auch jeder alles mit meinem Channel tun. Aber es macht Sinn, auch mal einen Administrator-Bot zu haben, wenn ihr zum Beispiel einen Bot habt, der einzelne Nutzer kicken darf oder sowas, weil sie zum Beispiel, ähm, Hate Speech oder sowas verbreiten. Ähm, aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache, dass das einfach jeder tun kann dann. Ähm, und deswegen wollen wir hier sagen, okay, ähm, du brauchst ein Token. Und dieses Token bekommt ihr hier auch wieder über das Developer-Portal. Ihr klickt hier auf den Bot drauf und dann könnt ihr einfach das Token hier kopieren und wieder in euren Code genau hier einfügen. Und nein, das darf niemand sehen, ja. Ich mach hier grad was, was man definitiv nicht tun sollte. Ich filme dieses Token ab. Auf keinen Fall darf irgendjemand dieses Token sehen. Deswegen werde ich nachher auch, wenn ich mit dieser Serie fertig bin, das Token hier neu generieren, beziehungsweise sogar den Server, den Bot-Testing-Server löschen. Ähm, und somit auch quasi dem Bot jegliche Rechte entziehen. Das heißt, der Bot ist zwar nachher da, aber niemand kann ihn ausführen. Aber ihr könnt auch einfach dieses Token neu generieren. Dann habt ihr einfach ein neues Token. Ähm, falls irgendwer mal dieses Token gesehen haben sollte. Wie gesagt, wenn jemand dieses Token hat, dann kann er alles machen, was der Bot machen darf. Sprich, wenn der Bot-Administrator Rechte hat, dann kann jeder mit diesem Token hier alles mit eurem, ähm, Channel machen. Also, das heißt, in diesem Fall hätte derjenige, der dieses Token sieht, also alle, die das Video jetzt gerade sehen, die Möglichkeit, hier einfach auf den Server zu gehen und den Server zu löschen. Nicht alle meine Server. Der Bot hat nicht alle Rechte, die ich habe. Aber der Bot hat Administrator Rechte an dem Bot-Testing-Server. Sprich, dieser Server, da kann der Bot damit machen, was er möchte. Ja, und jeder, der das Token hat, kann alles machen. Okay, deswegen sehr, sehr gefährlich. Also, Achtung hier, ähm, und ja, ich weiß, die Warnung war etwas lange. So, jetzt starten wir das ganze Ding und wir sehen, dass wir nichts sehen. Das dauert ein kleines bisschen. Das dauert ziemlich lange heute. Hui. Jetzt hat er sich eingeloggt. Ähm, okay, manchmal dauert das ein bisschen. Das kommt natürlich auf eure Internetverbindung drauf an, ähm, wie fit der Server gerade ist. Da kann es auch mal passieren, dass es ein bisschen übernastet ist. So, und jetzt haben wir gesehen, okay, es wurde diese Nachricht hier ausgegeben über Print. Okay? Und das heißt, wir haben hier uns offiziell eingeloggt. Die OnReady-Funktion wird ausgeführt, nachdem wir uns eingeloggt haben als Bot. Ja, jedes Mal, nachdem wir uns eingeloggt haben. Sprich, bevor wir uns nicht eingeloggt haben, passiert hier gar nichts. Das heißt, es kann niemand irgendwie, oder der Bot kann keine Nachrichten lesen und so weiter und so fort. So, und jetzt haben, naja, die OnReady-Funktion können wir jetzt nicht mehr aufrufen, äh, aufrufen, weil wir uns ja schon eingeloggt haben. Was wir aber mal testen können, ist die OnMessage-Funktion. Und die wird, wie gesagt, immer ausgelöst, wenn irgendjemand dem Bot eine Nachricht schreibt. Achtung, bereits vorhandene Nachrichten sind irrelevant. Ihr seht übrigens jetzt auch, dass der Tutorial-Bot hier online ist. Das heißt, ich kann dem auch mal eine persönliche Nachricht schreiben. Ähm, ich kann ihm eine Nachricht schreiben, zum Beispiel hier, Hallo Bot. So, und dann wechseln wir mal wieder auf den Bot-Testing-Server und schreiben hier mal in den Channel. Achtung, wir wechseln erst zurück hier. Ähm, achso, ja, richtig. Ähm, man sollte vielleicht hier den, ups, sorry, das habe ich verpeilt. Ähm, ich sollte vielleicht hier das hier konvertieren in einen String. Der Autor ist natürlich ein kompletter User. Das heißt, äh, der ist nicht unbedingt, wobei, das sollte ein String sein. Ähm, aber der User hier vorne, also der Autor, der ist ein bisschen mächtiger als nur einfach ein String. Da ist noch ein bisschen mehr hinten dran. Werden wir uns aber auch noch genauer angucken. So, probieren wir das Ganze nochmal. Ähm, wir wechseln nochmal hier zu unserem Tutorial-Bot. Äh, nein, ich möchte ihn nicht anrufen. Halt, stopp. Ich kann ihm einfach mal eine Nachricht schreiben. Beep, Beep, Beep. So, okay. Und jetzt sehen wir hier, Nachricht von Morpheus Nummer 9581 enthält Beep, Beep, Beep. Okay. Also das ist quasi das, was uns der Bot ausgibt. Das war die persönliche Nachricht an den Bot. Während wenn wir jetzt hier im Bot-Testing-Server irgendwas machen, dann können wir hier sagen, hey, ähm, wir wollen dich mal hier testen, Bot. Machen wir einfach mal den Kackhofen-Smiley hier rein. Und, ja, wir sehen hier, Nachricht von Morpheus enthält Kackhofen-Smiley. Sogar die Konsole in Python kann mir meinen Kackhofen-Smiley richtig ausgeben. Das ist unfassbar beeindruckend. Ähm, aber ja, das ist natürlich Python. Python ist toll, ich weiß. Und, genau, das ist erstmal so das Grundlegende, wie ein Bot funktioniert. Das heißt, der Bot macht erstmal von sich aus gar nichts, außer ihr gebt ihm irgendwelche Befehle. Und diese Befehle könnt ihr zum Beispiel über On-Message oder sowas machen. Und, ja, ähm, dann könnt ihr euren Bot quasi steuern. Ihr könnt natürlich auch direkt bei On-Ready einen Haufen Code ausführen. Das ist dann sozusagen, ähm, ja, der wird dann einfach direkt beim Start ausgeführt. Sowas wie Statistiken auswerten oder sowas. Kann man natürlich da drüber laufen lassen. Ähm, irgendwelche KI-Sachen, die sich Daten ziehen und dann darauf lernen oder sowas. Keine Sorge, das läuft bei unserem Server nicht. Das würde ich natürlich vorher ankündigen. Ähm, sowas muss man auch, soweit ich weiß, rechtlich ankündigen. Aber, ja, nur damit ihr eben Bescheid wisst, dass das da auch funktioniert. Okay, cool. Das war's erstmal von meiner Seite. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.